Musik Herzlich Willkommen in Wenzfrager Bierstuben in ihrem traditionell tschechisch-böhmischen Restaurant. Heute serviere ich die Schwarzbierrolle und den Palatsching mit Eis. In dem rustikalen, gemütlichen Ambiente bieten wir mehr als 400 Gästen Platz, um die ganze Vielfalt der gutbürgerlichen Küche unserer Landsnachbarn zu genießen. Der Namensgeber Wenzel war böhmischer Landspatron und wird seit dem 10. Jahrhundert bis heute als Heiliger Wenzel verehrt. Mit den sämigen gewürzten Suppen, den herzhaften Rinder- und Schweinebraten, deftigen Soßen und den beliebten Knödeln bieten die Wenzel Prager Bierstuben herzhaften Genuss. Jeden Donnerstag kann ich Ihnen anbieten den Pilsner Rindergulasch mit Zwiebelstreifen, böhmische Knödel. Dazu reichen wir Ihnen gerne das Starobram Premium, das ist etwas herber am Geschmack. Das Ganze bekommen Sie für 8,90 Euro hier bei uns im Wenzel Dresden. Typische Salate und leichte Kost runden das Speisenangebot ab. Wir haben hier ungefähr 10 Personen in der Küche, die für unsere 430 Gäste, die wir parallel dazu bewirken können, alles vom Rindergulasch über die Riesenhaxe bis zum Palatschinken, alles vorbereiten und zubereiten. Entdecken Sie die leckeren Gerichte und die lockere Lebensart. Genießen Sie dazu böhmisches Bier aus dem Fass und nach dem Essen einen köstlichen Becherowka. Das Bier schmeckt, super Essen, hervorragende Bedienung und ein herrliches Ambiente. Was Schöneres kann es ja in Dresden fast nicht geben. Ich gehe hier gern hin, weil es nichts Schöneres gibt, als bei einer knusprigen Haxe und einem schönen Schwarzbier eine Dynamo-Sieg zu feiern. Auf die kleinen Besucher warten eine Spielecke und viele Extra-Leckereien aus unserer Kinderkarte. Natürlich können Sie auch in unserem Gasthof Ihre Geburtstagsfeier, Hochzeit oder auch andere Festlichkeiten feiern. Insgesamt laden fünf Gästebereiche ein. Im Innenhof das Atrium mit Glasdach, der Gewölbekeller, die Bierstube im Kreuzgewölbe und das Herrenzimmer. Außerdem stehen eine Raucherlounge und die beliebte Sportsbar zur Verfügung. Wir laden Sie ein. Bis Ende Juni gilt bei uns die Aktion, das zweite Essen geht aufs Haus. Sagen Sie uns Kellnern einfach das Stichwort Wenzel. Wir servieren Ihnen zwei Essen und eins bezahlen Sie. Prost! Prost! Die Wenzel Prager Bierstuben Dresden finden Sie auf der Königsstraße im Barockviertel in Dresden. Bei schönem Wetter bietet die Terrasse 150 Gästen Platz, böhmische Spezialitäten unter freiem Himmel zu genießen. Die Wenzel Prager Bierstuben Dresden